Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den Vereinigten Lateinamerikanischen Nationen und unserer Solo-Sieg Challenge. Wir haben kurz vor Ende von Tag 3 und leider wird es gleich nochmal richtig spannend, denn wie ihr sehen könnt, haben wir hier die erste Armee aus der Kalifornischen Republik, die sich gerade in Richtung Grenze mit uns, mit Guadalajara bewegt und die werden vermutlich dieselbe überqueren und uns dann später hier angreifen. Das war ja zu erwarten so ein bisschen, weil sie uns ja gar nicht mögen, sie haben uns ja des Multi-Accountings beschuldigt, was dann umso spannender ist, dass sie uns dann angreifen würden, weil es ja dann echt nicht gut gehen kann eigentlich. Ich habe sie sogar gewarnt, wie auch Kuba, die übrigens jetzt besetzt werden, Havana und Nueva Girona sind gefallen, hatte ich ja auch gewarnt, hier keine gute Idee, mach das nicht. Sie haben es gemacht, ist entsprechend ausgegangen. Habe ich auch ihnen gesagt, hier, ich halte es für keine gute Idee. Zum einen, weil ich wirklich denke, dass es keine gute Idee ist, aber vor allem, weil ich eben echt den Kampf jetzt nicht möchte, weil wir können uns davon nichts kaufen, wir können die zwar zerstören, aber nehmen dabei großen Schaden und das wird uns nicht gut tun. Vor allem aber auch, weil die kleine Gefahr besteht, dass sie doch durchbrechen könnten. Denn wir haben hier nicht die besten Festungen. Wir bauen aktuell noch weiter aus. Wir haben Mexico City auf Level fast 3 in 7 Stunden. Leon ist aktuell auf Level 2,5. Guadalajara steht auf Level 2 und ein bisschen was. Das heißt, wir sind nicht optimal aufgestellt. Aber ihr müsst bedenken, dass der Weg hier ein ziemlich langer ist. Mit 90% Mobilisierung und im Feindesgebiet wird das hier bestimmt 10 Stunden dauern. Das heißt, die sind weit, weit weg noch. Wir haben also noch viel Zeit, hier Truppen heranzubringen, vor allem auch dank der neuen Welle an Rekrutierung, die kommen wird. Wir haben gerade eine weitere Einland rekrutiert in Mexiko-Stadt. Das ist super. Wir werden auch noch die Truppen aus Leon und aus Mexico City heranziehen. Einen Grad lasse ich noch da, um so ein bisschen so zu wirken, als hätte ich mehr Truppen, als ich habe. Weil die können ja gar nicht sehen, was hier drin steht, wegen der Level 2 Festung. Das heißt, ich hoffe, dass einfach die Tatsache, dass hier drei Provinzen mit unbekannten Truppenmengen existieren, dass das so imposant wirkt, dass sie vielleicht nochmal sich dann doch dagegen entscheiden, anzugreifen. Ist meine Hoffnung. Quasi, um es so wirken zu lassen, hätte ich eine Falle aufgebaut. Das wäre ich bereit für deren Angriff oder so. Aber wir werden auch noch weitere Einheiten bekommen. In Salina Cruz kommen in, na gut, 20 Stunden die nächsten Einheiten. Wir werden Mopan aber schon in zwei Stunden. Da kommt auch in sieben Stunden die nächste Kavallerie. In sieben Stunden auch der nächste Panzerwagen oder ne, noch eine Kavallerie aus San Salvador. Weitere Infanterie kommt in den nächsten paar Stunden dann auch noch dazu. Also wir werden nochmal so um die 6.000, 7.000, 8.000 Truppen hinzufügen können. Plus 5.000 Truppen, die hier gerade noch von der Küste kommen, die sind in zehn Stunden da. Das ist ein bisschen zu lange. Plus noch diese insgesamt vier weiteren Einheiten, die auch noch in Guadalajara ankommen werden, bevor die das tun. Das heißt, wir werden uns relativ gut verstärken können. Wir werden hier irgendwas so um die 15.000 Truppen dann haben, vermutlich eher 17.000, 18.000, hoffe ich mal. Und dann im Verlauf des Kampfes noch weiter verstärken können. Und das sollte mit einer Festung Level 2 machbar sein. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Festungen sind wirklich ein Riesending und wenn man dann so ein bisschen Glück hat, dass dann der Faktor X einem nicht die Festung direkt zerschießt und dann die noch ein paar Stunden hält, ist das auf jeden Fall für uns gewinnbar. Denn der erste Tick wird ihnen richtig wehtun. Sie werden wahrscheinlich 5, 6 Einheiten verlieren und dann wird es langsam immer gleicher. Also die Schadenswerte gleichen sich an. Sie machen ja auch nicht wirklich mehr Schaden, weil ab 50 Einheiten jede weitere Einheit nur Reserve ist und keinen Schaden macht. Das heißt, ich denke, wir haben eine sehr gute Chance, dass wir das tatsächlich abwehren können. Allerdings wird das eben sehr riskant sein, weil die Südstaaten uns angreifen könnten. Wenn das passieren würde, wenn sie jetzt auch die 13.000 oder 12.000 noch schicken würden hier, die 14.000 hier, dann hätten wir größere Probleme. Weil das könnten wir auf keinen Fall abwehren. Das wäre zu viel, da hätten wir keine Mittel mehr. Dann eben der Notfallrückzug nach Salina Cruz, da sind wir ja auch ganz gut aufgestellt, da bauen wir auch weiter aus. Acapulco und Chiapas ebenfalls, Mexiko Stadt, Leon, das können wir alles nutzen, um uns noch weiter einzugraben. Also wir können auf jeden Fall noch was machen und wir werden nicht verlieren. Es ist eben nur die Frage, wenn wir Guadalajara verlieren, dann wird es sehr unangenehm. Wenn wir dann viele Provinzen verlieren, die auch schon eine ganz gute Moral haben, jetzt 50 Prozent, das haben wir jetzt lange gemacht, dann müssten wir wieder bei Null anfangen. Das heißt, ich hoffe stark, dass Guadalajara hält, dass sie nicht durchbrechen und dass diese Niederlage sie dann dazu bewegt, einfach AFK zu geben oder so. Keine Ahnung. Also das müssen sie natürlich nicht, aber das wäre jetzt für uns das Beste, denn wir müssen ja wirklich sehr, sehr kleine Brötchen backen aufgrund unserer Spielweise hier, denn wir versuchen ja den Solo-Sieg zu machen und einfacher wird es garantiert nicht. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir noch einen Tag extra bekommen, dann wären wir hier super aufgestellt. Hätten wir hier so viele Truppen plus die tolle Festung und alles, das wäre toll gewesen, aber wie immer, diesen einen Tag bekommen wir natürlich nicht. Aber wir werden viele Truppen haben dort und ich denke, es wird reichen. Ich denke auch, dass die Schlacht in zehn Stunden noch laufen wird vermutlich. Wir werden gleich sehen, wie lang die Reisezeit ist. Sie wird ziemlich lange sein. Das ist ein ziemlich großes Feindgebiet hier, das sie dann durchqueren müssen. Das hat einen riesigen Malus auf die Geschwindigkeit, plus noch, dass sie ja nur 90 Prozent ihrer Bewegungsgeschwindigkeit haben, weil wir erst Tag drei haben. Das wird sie ziemlich einschränken. Das wird ihnen ziemlich viel Geschwindigkeit nehmen. Sie werden sehr langsam sein. Das heißt, sieben bis zehn Stunden Minimum, würde ich mal behaupten. Vielleicht liege ich auch falsch. Auf jeden Fall lange. Und da haben wir mehr als genug Zeit, um noch viele Truppen zu bringen, um fast die Festung fertig zu bauen auf Level 2. Die wird dann auf jeden Fall einiges aushalten. Und ich werde auch gleich den Befehl geben, weiterzubauen, denn es kann sogar sein, dass die Schlacht zwölf Stunden dauert und wir dann sogar noch mal ein Level bekommen in der Schlacht. Also ich werde mein Bestes geben. Der Panzerwagen wird auch helfen. Wir haben jetzt hier schon eine Kampfstärke von 11,0. Sie haben eine Kampfstärke von 66, aber allerdings davon natürlich nur ein kleiner Teil, der wirklich aktiv kämpft. Und wir können das, denke ich, schaffen. Es wird eben auch viele Dinge ankommen. Auch darauf, dass hoffentlich jetzt nicht Mexiko noch mal online kommt und uns angreift. Das wäre sehr, sehr, sehr schlecht. Aber wir können dann quasi hier eine Stärke haben von 16,3. Das ist schon mal gut. Die hier werden bestimmt auch noch vorher ankommen. Ja, das heißt, wir hätten eine Stärke von 18,3. Und dann kämen die hier noch an in zehn Stunden allerdings. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber das wäre eine Stärke von 20,1. Damit wären wir auf jeden Fall sicher. 100 Prozent. Da gab es gar keine Zweifel. Mit denen hier, das sollte aber auch machbar sein. Also ich habe wirklich Hoffnung, dass es klappt. Und dann werden wir eben weiter langsam uns hier vorkämpfen in Kuba. Wir werden Sanfregos einnehmen. Sancti Spiritus dann morgen. Genauso wie Las Tunas. Und dann noch die drei Provinzen hier. Guantanamo und dann Haiti in den nächsten zwei bis drei Tagen. Und dann ist uns da auch echt geholfen. Dann werden wir wirklich stark sein. Dann werden wir viele Provinzen haben. Wir sehen können, sind wir bereits jetzt wieder auf Platz 2. Norwegen ist noch mal ein bisschen schneller gewachsen. Die haben nämlich auch Finnland eingenommen. Und sind gerade echt erfolgreich. Wir sind da aktiv. Level 9. Okay, sehr beeindruckend. Sehr gute Arbeit hier von Norwegen. Echt viel Land eingenommen. Das läuft für sie richtig gut. Die haben auch eine Koalition gefunden inzwischen. Ich schaue gerade mal, wo das war. Norwegen. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gerade nicht. Ich finde euch gerade nicht. Norwegen, Norwegen, Norwegen. Hier. Die Eastern Empires. Mit Schottland, mit Polen und mit Ungarn. Okay. Schottland hat England besetzt. Wie auch in der anderen Serie sie das getan haben. Das heißt, Schottland ist hier Gewinner in der UK-Kampagne soweit. Irland ist aber auch aktiv. Ähm, Polen hat ganz Deutschland besetzt. Okay. Das ging schnell. Und Ungarn hat soweit nicht so viel getan. Sie haben Teile von Österreich besetzt. Weil Österreich, Teile von Italien. Nicht mal. Ich habe gar nichts gemacht. Ach so. Ähm, okay. Also, die haben überall Festungen gebaut, sehe ich gerade. Ähm, also ja. Das scheint soweit echt gut zu laufen für die hier. Schottland, Polen, Norwegen. Soweit wahrscheinlich auch die größte Koalition. Oder vielleicht auch nicht. Ja doch genau. Mit Abschluss sogar. Die größte Koalition mit nur vier Membern. 80 Punkte Score. Da haben wir aber ein paar andere noch mehr. Die USA-Koalition ganz oben. Ähm, das ist für uns schlecht, weil es unser größter Feind ist. Die Union of Time. Das ist, äh, Xinjiang, ähm, China, Tibet, Hongxian und, äh, Shang-Chi. Ähm, die sind hier zusammen. Die waren ja auch relativ groß, glaube ich, ne? Genau. Die haben ja auch sehr viel Erfolg gehabt. Gerade Tibet war ziemlich stark. Hongxian ist ziemlich groß. Also da gibt es schon, äh, auch größere Entwicklungen. In Afrika ist Südafrika weiter am wachsen. Burkina Faso, sehr groß. Ähm, die werden immer größer. Und in Südamerika, da rückt hier Brasilien vor. Hat jetzt hier Georgetown eingenommen von Guyana. Ähm, sie haben, ähm, hier auch Krieg gegen Brasilien, glaube ich, gegen Piratini, wenn ich mich da nicht 100% irre. Ja, genau, die Hauptstadt ist gefallen, weil hier Argentinien, das besiegte Argentinien einmal steht, ist okay. Und es scheint hier Krieg gegen Bolivien zu geben, glaube ich, oder? Ne, das war, das war, glaube ich, nur hier eine Revolte, ne, wahrscheinlich. Ähm, die sind hier noch alliiert, ne? Genau. Brasilien, Argentinien, Ecuador, Bolivien. Genau. Kolumbien und Venezuela sind die einzigen verbleibenden Länder, die nicht in der Koalition sind und nicht inaktiv sind. Aber sie könnten inaktiv werden. Also mal schauen, was da passiert. Wir müssen dringend eben jetzt hier oben fertig machen. Das kommt wirklich zu einer Unzeit, ne? Ich brauche jetzt echt jeden Tag, um mich so schnell wie möglich auszubreiten, gerade in der Karibik, damit wir dann irgendwie bereit sind, um uns hier sowohl gegen Süden als auch gegen Norden verteidigen zu können. Das wird nicht einfach, also echt nicht. Aber ich hoffe eben, dass meine Zwischenposition so ein bisschen auch hilft, uns da sowohl an die eine als auch die andere Koalition so ein bisschen anbindeln zu können. Ich hoffe, dass da niemand uns direkt angreifen will, bis auf die natürlich. Ähm, und ich hoffe, dass diese Tatsache hier eventuell dabei hilft, dieser Koalition da anzugreifen. Es wäre jetzt sehr verlockend, denen zu sagen, dass sie doch mal Kalifornien angreifen sollen, weil die kurz davor sind, 60.000 Truppen zu verschwenden. Das müsste ja eigentlich dann diesen Krieg hier mehr oder weniger entscheiden. Andererseits habe ich da nicht die größte Hoffnung, weil die werden natürlich jetzt diese Truppen dann vermissen. Also es gäbe schon, ich weiß nicht. Andererseits möchte ich mir diesen Trumpf quasi, diese Koalition so ein bisschen in der Hinterhand behalten, um dann später den auszuspielen, wenn wir dann auch selbst angreifen wollen. Weil aktuell wäre das zwar toll, aber was dann passieren würde, wenn die gewinnen, ist, wenn einfach die nächste Koalition, die da ist und dann ein Gegner ist für uns. Und dann gibt es keine Ablenkung mehr. Das wäre also nicht ideal, weil wir könnten ja aktuell kaum selbst gegenangreifen, weil unsere Verluste werden hoch sein. Wir haben kein großes Militär, wir haben keine ATI, wir haben noch nicht die Südstaaten besiegt. Das heißt, es gibt aktuell nicht wirklich eine Lösung. Und wenn ein von beiden Seiten extrem dominant gewinnt sofort, ist das für uns sehr schlecht. Also mal schauen, was ich hier mache. Ich werde vermutlich noch nichts sagen. Wir werden einfach mal schauen, dass wir mit Kalifornien fertig werden. hoffen, dass deren Ende ausreicht, um den Rest so ein bisschen zurückzuweisen, dass sie uns nicht weiter angreifen werden und dann eben langsam die Karibik unser eigen nennen und dann mit dieser Stärke hoffentlich stark genug sein, um dann in Zukunft mehr oder weniger unangreifbar zu sein. Das ist meine Hoffnung. So soll es hoffentlich laufen. Genau, dann würde ich sagen, war es das von heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.